Ja, hallo und willkommen zum wahrscheinlich meiner letzten Session mit Torscher 2, denn wie ich es gelesen habe, ist der dritte Akt auch der letzte für uns. Genau sind wir auch, deshalb für euch wird es vielleicht noch ein oder zwei oder drei Parts sein, aber das hier wird auf jeden Fall meine letzte Session sein und wir gehen auch mal gleich rein. Sollte Gut, ich weiß nicht, ob wir aufgehört hatten. Achja, wenn wir sonst ein Quest umgehen. Ich muss doch ein Quest abgeben, sehe ich es gerade. Hier, wo ist denn das eigentlich? Gute Frage. Das ist schon länger her, dass ich das letzte Mal gespielt habe, deswegen weiß ich nicht mehr alles hier. Ah, ja. So, gehen wir einfach mal. Freuen wir ihn einfach mal. Er wüsste es eigentlich nur wissen. So. Mal durch. Die Karte ist natürlich noch geladen. Deshalb sehen wir alles noch, was wir uns letztes Mal erspielt haben. Na? Okay, na? Was? Äh, okay. Ja, gut. Ähm. So. Das ist meins. Da komme ich jetzt noch mal. Ich fahre nicht rein. Ich muss da oben hin, auf jeden Fall. Das sehe ich ja schon am Sterben. Ah, scheiße. Hätte jemand Speck schmeißen sollen in ein paar Sachen bei mir, ne? Ah, das wäre so typisch. Oh, das wäre so typisch. Dad. Hehehe. Oh Mann. Oh, ich werde das kaufen. Ja? Ich brauche den Scheiß eh bald nicht mehr. So. Gut. Das kann ich hier nicht tun. Oh Mann. Okay, jetzt schaffen wir es aber. Jetzt, ähm. Jetzt können wir hin. Oh Mann. Hallo. Wow! Es ist genug, Männer. Mikrofon Youtuber Ja, ja. Ah! Hier ist nix. Da ist ein Tunnel. Gut. Nicht so da wie jetzt zurück. Guck, dann muss der hier vor. Guck, dann geht's. Wissen wir die Richtung? Ich hab keine Ahnung. Ahhhhh. Ich schuhe mal hier im Dessen rum. Okay, hier geht es nicht weiter. Und hier? Okay. Okay, hier geht es nicht weiter. Okay, hier geht es. So. 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 Oh, oh, ow, ow. Oh, oh, ow. Okay, es ist hier eher ein Rundgang als ein Durchgang. Also, gehen wir jetzt hier lang. Ich rauf, ich rauf, ich geh erstmal durch hier. So, hier ist nix. So, Schalter auf mich gezogen. Das hätt ich auch daten können eigentlich. Das hätt ich auch daten können. Ähm... So. Durchrennen, durchrennen. Das geht ja egal. Durchrennen, 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 durchrennen. Da ist eine Sackgasse. Und in Ruhe. Ach, schön. Und durchrennen. Noch eine Ruhe. Durchrennen, durchrennen, nennen, 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 nennen. Und drüber um. Yeah! Ja! So! Durchrennen, durchrennen. Oh, Ruhe! Die, die, die ist nur Geld. Okay... Was, will er hier? Ach komm, jetzt! Naja. Erstmal die hier besiegen. So. So, hab ich schon zweimal zaubert, zweimal, 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 einmal. Zweimal, zweimal. So. Ach ne, so nicht. So. So. Hm. Oh, das hat sie sich. Hm. 82 statt dem ist auch ganz gut. Hm. Aber ich kann ihn nicht tragen, das ist auch doof. 63 ist auch ganz geil eigentlich. 62. Schon auf Wünfer besser. Und Heizfeld. So, gut, da kann ich was reinpacken vielleicht. Hm. Und da kann ich auch was reinpacken. Kaufschaden, Giftpanzer, machen wir das hier mal. Hm. Hm. Ähm. Die ist auch ganz gut eigentlich, ja. Ach so, das Problem ist, dass wir ihn ja auch nicht tragen. Ja. Gut. Immer das gleiche. Der ist auch okay. 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 Durchrennen. aus. 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 So. Sieh mal gleich aus, finde ich. Werden sich sowieso gar nicht, ne? Ach komm, die muss ich jetzt mal besiegen. Oh ja, die sind ein bisschen stärker. Das ist gut. Weil ich dann jetzt weiß, ich kann hier ein bisschen leveln auf. Weil ich dann jetzt weiß, ich kann hier ein bisschen leveln auf. Ja. Die bringen mir auch ein bisschen weiter. Ich kann hier noch was. Yo, das ist schon, das haut rein. Die Junge rein, das ist gut. Ich kann hier ein bisschen sehen. Ich bin ein bisschen weiter. Das ist ein bisschen, das ist gut, so. Boah, ich habe ihn auch gemerkt. Ich habe ihn auch gemerkt. Ich habe ihn auch gemerkt. Ich habe ihn immer wieder gefehlt. Ich habe ihn gesagt. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, ich bin jetzt schon mal. Komm mal, das da ist. Aaaaah! Ich bin der Mann, ich bin der Mann!